Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es nach mir geht. Stimmt das, dass Sie damit eine künstliche Welt gebaut haben? Die Welt ist ein bisschen übertrieben. Wir sind jetzt für etwa 10.000 Identitätseinheiten. Das reicht für unsere Zwecke. Lause? Welcher Lause? Der Lause, die Urheil, der auf sich spartisch bloß versprungen ist. Ich mach ne einfache Kontaktschaltung. Deine Identitätseinheit. Ich kann es nicht ertragen. Bitte nimmse ich nicht. Bitte. Eva? 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 Geist sing, Untertitelung des ZDF, 2020